eine andere hochschule die so um 2010 gab es dir auch schon die hochschule also soweit ich weiß die hochschule frisenus die ist dann aber auch sehr stark gewachsen in den letzten jahren hatten damals noch keine also noch keine fernstudiengänge oder online studiengänge im angebot ich glaube noch nicht mal berufsbegleitende studiengänge das ist war damals auch noch nicht so ein großes thema sondern ja mehr so im bereich in den naturwissenschaften beispielsweise sehr stark gewesen aber ich weiß nicht genau wann die angefangen haben auch für ein studiengänge an start zu bringen müsste um 2015 16 17 so um die dreherum gewesen sein ja ich meine das wäre sogar noch ein bisschen eher gewesen dass sie so langsam angefangen sind weil ich kann mich entsinnen ich habe da die hochschule frisenius die haben auch einen standort in köln im mediapark und da habe ich bei der allianz in der nähe gearbeitet und war mal irgendwann in der mittagspause weil ich ja damals schon fernstudium infos nebenher gemacht habe bei denen zusammen gespräch wo die mir ein neues modell vorgestellt haben und seit 2007 mache ich fernstudium infos de hauptberuflich also um die zeit ging das wohl schon los dass es erste überlegungen gab da auch mit diesem online plus konzept was es zuerst war dann in diesen markt mit rein zu gehen ach so dann doch schon ein ganzes stückchen früher ja die sind ja auch stark gewachsen ja auch um ja um 2020 21 rum da noch mal da gab es auch noch mal so einen richtigen schub und es mit auch würde ich sagen eine der bekannteren hochschulen im privaten bereich mittlerweile was das thema fernstudium angeht auch wenn die jetzt nicht so ein riesiges studienangebot haben wie die ja wie die eu beispielsweise aber mein eindruck ist so dass man sich da ein bisschen mehr zeit lässt in der entwicklung von studiengängen und ja eine akademie oder so was wie die eu akademie gibt es da auch oder so eine zertifikatswelt heißt es glaube ich bei der hochschule frisenus wie siehst du das vielleicht schon mal da so ein kleines bisschen ein bisschen ausblick auf diese hochschule wie wird sich das entwickeln ist das vielleicht ein ernstzunehmender konkurrent auch oder wettbewerber für die eu was die größe angeht wird sich zeigen müssen also nach meinem gefühl jetzt in der wahrnehmung zumindest bei mir in der community was ich mitbekomme da ich speziell für dieses bereich fernstudium online studie noch nicht so groß wobei ich durchaus mitbekomme dass sich einige auch für dieses konzept interessieren und jede hochschule oder viele haben vielleicht so ein bisschen was besonderes neues was sie so reingebracht haben und an der hochschule gesehen ist das für mich besonders so diese study mix die eingeführt haben das heißt weg von diesen reinen schwarz weiß studienbriefen die auf der trocken sind sondern eher so im magazinstil das ganze zu machen mit also die bieten das nicht für alle fächer an aber es ist ein sehr sehr bunt gestaltet viele bilder auch interaktive elemente drin wo man über einen qr code vielleicht noch weitere medien mit einrufen kann und da halt so ein bisschen auch wieder was neues reinzubringen in diese gestaltung der studienmaterialien ja die hochschule probiert ja um ein bisschen rum habe ich den eindruck also man hat mal versucht zum beispiel so ein hybrides studienmodell an den start zu bringen ich weiß nicht wie jetzt der aktuelle stand ist aber ich wenn ich mich richtig erinnern kann hat es scheint es hat wahrscheinlich nicht so richtig funktioniert also man probiert da eben auch ein bisschen rum aber die hochschule ist eben auch sehr groß was den präsenzbereich angeht ja auch sehr finanzkräftig was da den ganzen background angeht also auch finde ich zumindest so aus branchen sicht eine sehr interessante hochschule die ich da auch sehr gerne beobachten ja Untertitelung des ZDF, 2020